ja willkommen mein name ist an die welt und spiel zurück zu let's play fallout 4 jetzt wollen wir hier gut sie wissen der markt so unsichtbar bewegt ihn gerade also da müssen wir kann man nicht sehen ja da ist ein bisschen so verschmolzen mit der farbe egal ja wir sind da gewesen in der letzten folge haben uns ein bisschen josen geschissen schöne zeit wenn ich da hat gefällt tut doch mal ein like ein abo ein kommentar oder sonst irgendwas in form von feedback hinterlassen um den kanal etwas weiter zu helfen das wäre sehr schön und jetzt machen wir weiter mit unseren geschäftlichen sachen also wollten wir dahin weil da ist irgendwas das bedeutet wiederum wir müssen da hin wo wir es nicht müssen wir haben wir schon hier alles ist jetzt blöd wegen dem makai wir haben jetzt hier alles ich kreis jetzt hier die untere linke ecke als erkundet und wir machen uns auf zu neuen gefilten überwachen mit denen ist überhaupt kein problem ist hier durch zu kommen weil ich tue noch mit dem hammer irgendwie kämpfen aber ich werde auch nur auf dem ich werde ja auch nur im nahkampf hier angegriffen anscheinend also geht gar nicht so dumm hier mit den nahkampf um zu laufen voll selten wir von irgendwelchen schlusswaffen angegriffen entschuldigung okay die roboter vorhin aber sonst nicht sonst niemals in diesem spiel sind hier hat die lc fällig habe ich habe noch ein paar modzien zu fügen wird zusammen auch so ist ein schirm ich doch dann fliegt wieder irgendwie in bären luft so gut evans zu hause einfach evans zu hause hat alles drin für ein langweiliges weg danke ich habe mich aber bedienen anscheinend so hi evan tschuldigung na hallo was führt dich denn den langen weg hierher keine ahnung äh genau das wollte ich dich gerade fragen gut in ordnung mein name ist evan bin schon seit jahren hier draußen man könnte wohl sagen ich mag ruhe und frieden und die aussicht tja schaust dir an die ist schon was besonderes da du die mühe auf dich genommen hast mich zu finden möchte ich mich erkenntlich zeigen brauchst du vorräte äh klar das wäre super ich helfe gern ich schau mal was ich hab hier bitte das habe ich vor einer weile am rand von luca world gefunden nützt mir nichts du kommst auf rezept es war auf jeden fall schön einen besucher zu haben du kannst gern bleiben und dich bei den sachen bedienen die hier überall rumliegen das war ein sehr netter kerl eine gute reise noch ok was für ein netter typ muss man doch jetzt mal ganz ehrlich sagen ich komme einfach vorbei ich komme einfach vorbei sagt dem ja hallo der kommt und gibt mir sachen dann sagt man die aussicht genau so würde aus wie überall anders im bildland tolle aussicht was ja ich gehe jetzt die macht mir so ganz klein bisschen angst warum ist er so freundlich und so geschild und wieso gedacht wenn ich mich auf den sein stuhl umsetzen kommt er auf einmal und schlägt mich tot so das ist mein stuhl ok wir sind immer noch die medaillen sammeln fällt mir ein ich habe gesagt die hauptsache quest mene sowas hier mit radar band und so was wir machen müssen wir müssen dingen sammeln das weiß ich medaillen im park noch dazu kommen wir noch irgendwann irgendwie wenig orte zu erkunden werde ich mir nur ein irgendwie voll wenig orte die ich erkunden kann sind ja aber auch ganz schön viel story geben oder da ist der park und die station recht so wenig orte zu erkunden für atmosphäre macht dann ein bisschen wett gleich story und es hat ein bisschen mickrisch guck mal an wenn ich heute noch ist er ist der ganz untere bereich ja aber da mal was moment irgendwie so war es so architektur mäßig ist gut und in den 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 naja ich habe jetzt mal ganz und weiter weil es eingelangert ich habe viel gehabt aber wiegen ja auch was muss zu groß werden ja was ist da denn zeige her was er zu bieten hat da hinten möchte vielleicht reingehe es ist so kann er kämpfen noch mal warum sehen nämlich nicht mal direkt weil hier habe ich noch nicht mal gesehen dir weil ich irgendwie ein kilometer weit entfernt irgendwas halt ich habe was gehört bist du denn war hier geblieben okay die machen die leute auch völlig auch gut ich habe meinen nahkampf angriff auf mir schaden den menschen ich habe meinen nahkampf angriff man auch mehr schaden den menschen die bläßchen weil so was auch eine fährenkampf verdoppeln weißt du wenn du die habe und nutzt handstand immer auf die gegner los zu gehen und die kaputte hau mit seinem knacken ok die hat ja auch allein geschafft aber danke und ich habe euch ein mit der schaufel über ich habe jetzt nicht aufgepasst wixen ok wixen schaufel museum wir wissen wie man bei den anderen banden steht eher das sterben ganz cool story die brutsche schaue weiter gehören zu den gefeuchten und gefährlichsten kämpfen und kämlichkeitskriege sie waren für ihren marktlosen eben unheimliche fähigkeiten bekannt gewährschüsse abzulenken was davon muss ich mehr fahre erste schaufel stand aus der jungsteinzeit wohl wahrscheinlich aus den schuppel als schulterblatt investiert der replika kennen sie wie die schaufel ausgesamten ihm könnte wenn sie in der zeit im maxi hergestellt worden wäre und ich irgendwie so eine waffe die schaufel der gegenstand den sie ja sehen ist im eigentlichen sind keine schaufel sondern einen sparten mit langen griff wir zwischen den dritten und siebten april 1963 4 tage lang nur diese von schauspieler keith mckinney im film ditch diggers auf düsseldorf nutzt der schaufel kam als requisit für mckinnis dann zum gefälligsten exten zählen zum einsatz fetischisten dieser schaufel wo ihr nachbarn des kusants unseren 16 präsidenten abraham lincoln eingesetzt um im jahr 1820 ein latrinen doch zu haben dass der präsident persönlich genutzt haben könnte ok nein ich hoffe private john luk allart nutzte diese schaufel als er bei zimmer onelien paraden in ganz europa hinter napoleons fährt herr lief bitte nicht berühren ob es war verdammt ausgerechnet die ich nicht berühren durfte wo ist die schaufel nach mir ist ein schrott teil also ich bin schon wieder weg keine sorge das abteil zartei da kann ich mir auch ein weg zu kommen perfekt wird niemand wird den unterschied merken da war auch okay da steht das hätte ich jetzt nicht das sollte man sagen schauen sie haben sein wir nach dem fast sieben jahre geheilt habe werde ich eine position museum für und im museum für wischmaps und einmal übernehmen und dann kurz mit meiner familie hat sie hat einer die verraten bis zu den bösen wischmaps gewechselt was ist das hier so ich dachte mir irgendwie deine preferenzen eher für männer ok weiter was hat denn aus dem vulkan aus coca da müssen wir hin da sind viele orte die ich noch gefunden habe da muss ich hin das entgegen aber leck mich weg wirklich als er kämpft mit 50 wo kein level mehr die wir noch mal wieder weil wir sind hier aber ganz schön viele orte jetzt die ganzen gegnernte suche ich jetzt nicht mehr nichts mehr vom wert normale meine ich jetzt ich das ich 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 oder wir gehen zum volk an weil sie doch interessant aus ich müsste übernommen kommt schießt wenn da schon wieder jemand schießt auf mich hat getroffen und was haben wir ihn hier noch mehr so ein ganzes gebiet sag mal wenn der vulkan da rein obwohl es nicht so sicher ist wahrscheinlich was bist du ein acht das sind andere leute hier von denen ja da muss jetzt noch nicht hier sind da die den leuten möchte ich nicht zu tun haben also gehen wir da ein also richtig werden wir in der steuer wahrscheinlich irgendwann mal so antreffen nämlich an das ist die nächste rade er kann ich so nah aneinander liegen kitty kingdom hier hätte ich mal gern gemacht neben beiden das perfekte rein die winken und ich habe vorher eingemacht das ist jetzt jedes mal so ablaufen ich komme irgendwo rein und muss irgendwie die wird irgendwie von anderen leuten hier verarscht ein magisches königreich ich glaube da wird jetzt immer so ablaufen ich komme irgendwo hin irgendjemand tut fall für mich aufstellen ich gehe da durch zu denen am ende erledigen das ist ja noch nicht zu viel spaß sagt das war doch was aber wir kommen ja nicht durch ist das hier von zeug wird strahlich kriegt dauernd strahlung in dem spiel und jetzt die meine ich da war strahlung das ist doch wie soll man den britischen dem ödland vor strahlung sicher sein wenn ich so als nicht so als wüsste ich jetzt hier nicht weil das die materie wüsste wie man verdammt noch mal strahlung bekämpft im ödland und ein krokodien hat stecken die augen fest er steckt nicht fest ich sehe so gut wie nix da auch der steck auf ist da kommen verreckt wartet nicht ich wüsste sich weiter jetzt schon wieder ja jetzt gesagt was ich gedacht hatte aber die klappe und eigentlich zum riesenrad hingehen wird schon etwas geben und die medaillen ok muss ich so ein aber nicht wahrscheinlich nicht immer nur einkommen gesagt ich es nicht jetzt vor der week also man kann ihn wieder einschalten oder was es wird da nicht so eine nachkommen was machen wir mal was der von uns will noch immer ist was er von uns vielleicht aber immer einziehen und radix einfach so und uns dem pack ich habe nur noch 48 sind da los macht mir ja schon wieder aber gerade nur bei der ex genommen habe ich immer noch so viel strahlung was er das ab 151 ja ich habe sie mal geschlappt gott da willst du drauf und noch eine und noch mal kaputt sehr gut das band springt bringt mir eigentlich nicht so auf ap wenn ich jetzt nicht so angewiesen kann ich mal irgendwann hier so ein ort erreichen wo ich hin muss ja wenn wir es mal auf weil gar nicht von der fähigkeit nehmen soll ich habe so viele schon irgendwann angefangen was ich noch nicht genommen habe hatte ich schon wenn sie können dein ziel zu bot werfen halten von vts weiter weil ihr noch nach meinem protest wenn wir jetzt zehn zusätzliche dings punkte wo ist nicht klar und haben wir irgendwie die waffen die waffen haben auch schon alle noch mal schon schwierig sprengstoff könnte man entscheiden wenn aber ich benutze kein sprengstoff wohl zählen miniatrischen 10 als springstoff oder hat er vielleicht sein körperteil schaden um 30 prozent reduziert wird aber auch wenn man es den packs hat braucht man eigentlich nicht oder ein hund mehr schaden im kampf dann lässt sich anrufe keinen schaden mehr warte mal hier habe ich noch nicht mehr schaden und so ich habe noch einen speicher stand frei anscheinend malerweise wird mir sagen wir los kann platz bär von den beiden grästen was der letzte wie bei mir das hier sehe ich habe gerade wo ist eine sache nach ich von hinten gesehen hat ich habe mich einfach an alter meine strahlung was auch immer hier am nächsten ist ich geheizt hätten naa da wo gerade 25 oder so entfernt hau da macht mir echt schaden hau erstmal als platz so für das endlich mal immer da rein hau 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 ich war da ein paar treiben ok gut nichts hier gut und ich sage ich bin eine party um wir sehen uns an in der nächsten folge let's play fallout 4 wieder und zwar im von haus fun. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.